Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte einen schwarzen Mantel kaufen. Welche Größe haben Sie? 42 bzw. M. Hier, bitteschön, einen schwarzen Mantel. Kann ich den mal anprobieren? Ja, natürlich. Was meinen Sie dazu? Die Größe passt gut. Gefällt Ihnen die Farbe? Ja, die Farbe gefällt mir auch. Ich nehme ihn. Bezahlen Sie bitte an der Kasse. Okay. Bezahlen Sie bar oder mit Karte. Mit Karte, bitte. Kann ich den Mantel später umtauschen? Umtauschen geht nur mit Kassenbon. Alles klar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017